Kriege ich den? Den kralle ich mehr! Den kralle ich mehr! Der wird geneift! Der wird geneift! Der wird geneift! Bitte! Lassen wir ihn schneifen! Bitte! Mir musst du sowas auch immer sagen! Wer wagt es mich einfach so mit einer AK5C aus A abzuballern? Das verstößt gegen das Revit Boomstück gesetzt! Also das geht ja mal sowas schon gar nicht! Mimim! Du bist so doof, ne? Ich sage, dass du ihn abgelenkt hast! Penis! Oh Gott, da ist ein Panzer! Hol'n dir! Los! Hol'n dir! 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 Lauf! Hol'n dir! Hol'n dir! Hol'n die Knochen! Hol'n den Panzer! Hol'n dir! Hol'n dir! Los! Hol'n dir! Ja! Ja! Hol'n dir! Ja! Boom! Jawoll! Hol'n dir! Like a boss! Wenn es nein heißt, heißt nein! Ist der Kackpanz immer noch da? Oh Papa! Was? Der hat noch 50 mal den Panzer jetzt weg! Hau mal mit, ihr Kerl! Massliche Infanteristen oben rechts! Die kommen jetzt alle runter! Hab' einen! Hab' noch einen! Woah! Der Panzer sagt! Der Panzer sagt tot! Nope! WUHU! LOL! Der Panzer wollte mich grad roadkillen! Ne, auf'm'n Dach kommt... Oh! Fuuuuck! Der Panzer sagt WUH! Hahahaha! Und Squadbefehl, Abschild! Huuu! Könnt du mal stehen! Woah! Goll! Nice! Hinter dir! Nice! Du kannst dich da nicht geholt haben, ey! Ja! Das freu' ich mich auch grade tierisch, ey! Da kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Die Messer ist auch, Alter! Pass auf! Die neigt mich genauso hart! Weiß doch mal, ey! Du bist hier! Wir haben uns alle weggeholfen! Oh! Wo ist der? Wo ist der? Wow! Granate! Ich treffe mich! Hahahaha! Hahahaha! Scheiße! Hahahaha! Ich vergesse! Ich vergesse! Oh nein! Panzer! Oh! Noch ein Panzer! Oh! Oh! Noch ein Panzer! Hahahaha! Hahahaha! Das Ende vom Wurst! Ok! Hahahaha! Hey! Weißt du was? Ganz ehrlich! Ich fluffel! Ne! Ne! Ich fluffel ein Panzer in die Hand und demnästen auch wieder! Der Hammer! Mieterhaltung! Dankeschön! Oh! Granate! Buh! Hahahaha! So, los! Auf zu F! Nicht F! Sondern F! F! Das heißt so! Ja! Ist kein Scheiß! Das heißt F! F! Wut! Nicht die Munition, aber dann lecker! So, ihr Penis! Wo seid ihr? Penis? Wo? Da! WUAH! 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 Hat beinahe gut geruht killed! Sind da ein paar auf Dach gesprungen oder so? Tranox rein mit dir! Nice Tranox! Nice! Zwei! Oben auf dem Dach, ja? Die werden sich grad instant mega krass freuen! Warum? Warten Junge! Nein! Doch nicht! Ihhh! Ja! Das war ein Mega-Fade von dir! Ja! Wolloll! Was soll das? Ja! Der Treue ist dein Fall! Ich guck nach vorne! Penz am Bogen! Du schießt ja ne ganze Zeit wieder in der Apple G! Penis! Hab ihn! Danke! Arsch, ey! So ein Arsch! Jetzt geh ich da hoch, alles! Nein, 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 nein! Nein, scheiße, scheiße! Wo ist denn, ne? Ja, ach! Was merkst du jetzt, Hass? Wieso bist du jetzt? Nein, er hat sich nicht gesehen, der Kunde! Ja, sind die jetzt immer noch auf dem Dach da oben, oder was? Nein! Oh mein Gott! Das ist okay! Sind die immer noch auf dem Dach da oben? Bei D? Ja! Okay, dann greifen sie! Ja, ich hab in die Sonnenfenster das gut drückt! Weil die nix anderes können! Wo genau sind sie denn? Ach da! Ich sehe sie! Kampfdrohne! Boom Junge! Wollte ich den abstrichen sehen! Wollte ich ihn gerade flippen! Ich war nicht, ich bin gerade so ungewohlen! Bist du nicht, du bist doch gut, Mann! Wo bin ich gut? Das war gestern! Hahahaha F*** alle um? 가지고ller! Hörte Kuchen! Hörte Kuchen mit! Hörte Kuchen mit! Bitte! Alter, ich hab drei Leute gerontgeilt! Ja, 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 ja! Geil! Alter, drei Leute reben ich einfach in der Passerei! Alter, das ist cool. 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 Alter, das ist cool.